Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Peruanische Gastronomie Hausgemachtes peruanisches Pisco Sour Rezept Befolgen Sie sorgfältig die Schritte dieses schnellen und einfachen Cocktail Rezepts, mit dem Sie lernen, wie man das beste peruanische Getränk der Geschichte zubereitet, den berühmten Pisco Sour. Dieser hausgemachte peruanische Pisco Sour wird aus der gleichnamigen Spirituose, Pisco, Zucker, Eis und Zitrone hergestellt, sowie einer zusätzlichen Zutat, die dem Cocktail eine einzigartige Textur verleiht, Eiweiß. Zutaten für hausgemachten peruanischen Pisco Sour 3 Messungen von Pisco 2 Maß Zucker 1 Maß Zitronensaft 1 Eiweiß Eis So bereiten Sie hausgemachten peruanischen Pisco Sour zu. 1. Mit diesen Maßen können Sie zwei Gläser eines köstlichen hausgemachten Pisco Sour zubereiten. Denken Sie daran, wenn wir von Abmessungen sprechen, beziehen wir uns auf das, was in ein Schnapsglas passt, etwa 30 bis 35 Milliliter. Sie können jedoch die Proportionen beibehalten, um Pisco Sour für mehr Personen zuzubereiten. 2. Anschließend mischen wir zunächst den Pisco mit dem Zucker und dem Zitronensaft im Mixer. 3. Mit maximaler Leistung schlagen, bis Sie prüfen, ob sich der Zucker aufgelöst hat. 3. Als nächstes fügen Sie das Eiweiß zusammen mit dem zerstoßenen Eis hinzu, bis es etwa drei Viertel des Mixerglases erreicht. 4. Alles vermischen und Sie werden sehen, wie das Eiweiß schäumt. 4. Servieren Sie den hausgemachten peruanischen Pisco Sour und genießen Sie. 5. Zum Dekorieren können Sie etwas Zimtpulver hinzufügen. 6. Mit dem gleichen Verfahren werden auch andere Cocktails zubereitet, die Ihnen vielleicht auch gefallen, wie zum Beispiel der Whisky Sour oder der berühmte Amaretto Sour mit seinem charakteristischen Lollipop-Geschmack. 5. Bereit, ein Gaumenschmaus. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.